Hi, Patrick Krabowski hier und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu diesem Demokurs für das Fach Fertigungs- und Betriebstechnik. In diesem Demokurs möchte ich dir einen Überblick über das Fach mitgeben. Das heißt, ich möchte dir einen Eindruck vermitteln, was du in dem Fach lernen wirst, wenn du dich dann auch dazu entscheidest, die Weiterbildung zum technischen Fachwirt loszulegen. Weil hier gibt es natürlich auch das Prüfungsfach Fertigung und Betriebstechnik. Und was dich genau erwartet, werden wir jetzt besprechen. Also in dem Fach Fertigung und Betriebstechnik, da geht es praktisch um die Fertigung und Betriebstechnik in einem Unternehmen. Und da ist praktisch ein wichtiger Bestandteil die Instandhaltungsstrategien. Also was ist eine Instandhaltung, was für Strategien kann die Instandhaltung verfolgen, welche Maßnahmen kann man da auch ergreifen. Also alles rund um das Thema Instandhaltung und Instandsetzung. Dann gibt es auch verschiedene Fördermöglichkeiten in einem Unternehmen und außerhalb von einem Unternehmen. Da unterscheidet die IHK immer stetig und unstetig Förderer. Und dann gibt es auch verschiedene Lager- und Speichersysteme. Also welche Lagerungsarten gibt es und welche Lagerorganisationen und welche Speichersysteme gibt es. Jetzt kennt jeder zum Beispiel normales Lager. Das sind ja auch Themen, wo man wirklich einen Bezug dazu hat. Gerade wenn man in einem Industrieunternehmen gearbeitet hat, dann hat man hier schon einige Sachen gehört oder gesehen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil von der Fertigung in Betriebstechnik sind dann auch Schnittdaten von zersparenden Fertigungsverfahren berechnen zu können. Das ist dann zum Beispiel Drehverfahren, Fräsverfahren, gerade so Hauptnutzungszeiten, die berechnen können. Und dann auch praktisch auch die Antriebsleistung von solchen Maschinen berechnen zu können. Dann werden wir uns die verschiedenen Fertigungsverfahren anschauen, welche es gibt. Dann Fügeverbindungen. Also eine Fügeverbindung ist eigentlich immer nur etwas, wenn etwas zusammengefügt wird. Da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas kategorisieren kann. Man kann zum Beispiel eine Sache verschrauben. Dann ist es zusammengefügt. Man kann es aber auch tackern. Ja, und da gibt es einfach verschiedene Kategorien, die man solche Fügeverbindungen unterscheiden kann. Zum Beispiel in lösliche und unlösliche. Wenn zum Beispiel etwas geschweißt ist, dann ist es auch zusammengefügt. Aber es ist halt nicht mehr trennbar ohne Zerstörung. Eine Schraube dagegen schon. Und da gibt es halt auch verschiedene Fügeverbindungen. Und die lernt man auch kennen mit den Vor- und Nachteilen. Dann ist ein anderer Bestandteil natürlich noch Steuerung und Regelungstechnik. CNC-Steuerung und CAD-Technik. Also das sind auch noch weitere Themengebiete in dem Fach Fertigung und Betriebstechnik. Und jetzt legen wir einfach mal genau los. Die Ziele der Instandhaltung ist einmal, ein Unternehmen hat eine Instandhaltung und die Aufgabe von dieser Instandhaltung ist natürlich dafür zu sorgen, die Produktivität aufrecht zu erhalten, die Produktion aufrecht zu erhalten. Und dementsprechend ist die Instandhaltung dafür eingesetzt und hat halt das Ziel, die Kosten zu minimieren. Also Kosten zum Beispiel durch entgangene Gewinne, weil wir nicht produzieren konnten, aber auch die Kosten zum Beispiel beim Ausschuss durch Nacharbeiten, durch eine zweite und dritte Qualitätskontrolle, da die Kosten dafür einfach zu minimieren. Des Weiteren soll natürlich die Instandhaltung auch die Störungen, die auftreten können, reduzieren und diese Störungen auch beseitigen. Und eine Instandhaltung soll auch dafür sorgen, dass die Sicherheit der Anlage gewährleistet ist, damit die Mitarbeiter, die in dem Arbeitsbereich arbeiten, auch nicht gefährdet werden. Also die Instandhaltung ist natürlich auch dafür verantwortlich, um die Sicherheit der Maschinen und Anlagen für die Mitarbeiter gewährleisten zu können. Und dann ist ein weiteres Ziel natürlich noch, das geht aber auch daraus hervor, wenn man die Produktivität erhöhen möchte. Ja, dass man die Anlage halt optimal nutzt, also so wirtschaftlich, wie es geht. Und hier gibt es einfach verschiedene Instandhaltungsstrategien, die man in einem Unternehmen, in einem Betrieb realisieren kann und einsetzen kann, um diese Ziele zu erreichen. Ja, es gibt zum Beispiel die vorbeugende Instandhaltung, die störungsbedingte und die zustandsabhängige Instandhaltungsstrategie. Ziel ist es immer, dass wir mit der Instandhaltung unsere Kosten minimieren und praktisch unsere Produktivität erhöhen. Und dafür gibt es einfach verschiedene Instandhaltungsstrategien. Also die vorbeugende Instandhaltung, hier ganz links, das ist praktisch, wir haben jetzt zum Beispiel eine Anlage und da werden wir in regelmäßigen Zeitabständen immer vorbeugend die Teile austauschen. Selbst wenn die Teile noch gar nicht abgenutzt sind, wollen wir die Teile vorbeugend austauschen, um einfach zu vermeiden, dass ein Ausfall passiert. Bei der mittleren Instandhaltungsstrategie, da greifen wir praktisch nur ein, immer wenn eine Störung vorliegt, also die Maschine hat oder die Anlage hat jetzt ein Problem, es taucht eine Störung auf und dann reparieren wir diese Anlage und beseitigen die Störung. Und bei der dritten Instandhaltungsstrategie, da führen wir regelmäßige Inspektionen oder auch Wartungen durch, wir begutachten die Anlage und basierend auf dem Zustand sagen wir dann, das Teil muss ausgetauscht werden oder nicht. Dementsprechend gibt es halt drei unterschiedliche Instandhaltungsstrategien, periodisch, immer nach einem gewissen Zeitabstand, nach einem Ausfall, also nach einer Störung oder nach einer Begutachtung. Bei der störungsbedingten Instandhaltung, da greift man ja immer nur ein, wenn eine Störung aufgetreten ist. Das heißt, der Vorteil hierbei ist halt, die Bauteile, also die Anlagenteile, die werden so lange verwendet, bis sie wirklich kaputt gehen. Also die Bauteile werden komplett ausgereizt, was in dem Beispiel ein Vorteil ist, weil man sagen kann, man hat dann weniger Kosten für die Bauteile. Als Beispiel, man hat irgendwo vielleicht jetzt Bauteile verbaut in der Anlage und die haben sich schon ein bisschen abgenutzt, aber noch nicht komplett. Dann könnte man die Bauteile jetzt schon austauschen und wenn man sie schon vorzeitig austauscht, nutzt man ja diese Bauteile nicht komplett ab und hat dadurch höhere Kosten. Ein weiterer Vorteil von dieser störungsbedingten Instandhaltungsstrategie ist, man greift ja immer nur dann ein, wenn man wirklich eine Störung hat. Und wenn man immer nur eingreift, wenn man eine Störung hat, plant man ja nichts. Dementsprechend hat man einen geringen Planungsaufwand, also die Mitarbeiter in der Instandhaltung, die haben einen geringen Planungsaufwand, weil die müssen keine Planungsintervalle einhalten. Nachteil hierbei ist, wenn dann wirklich mal was kaputt geht in der Produktion, dann steht die Produktion meistens und dann haben die Mitarbeiter einen sehr hohen Zeitdruck, jetzt auch hier reagieren zu können. Weil halt ein Produktionsausfall droht und dieser Produktionsausfall ist wieder mit Kosten verbunden. Und dann kann halt auch passieren, wenn wir jetzt eine riesengroße Fertigungshalle haben und wir haben ganz viele Bauteile dort verbaut, dass wir natürlich gar nicht jedes Bauteil auf Lager haben. Und jetzt kann es unter Umständen vorkommen, dass dann wirklich das Teil, was kaputt gegangen ist, wir gar nicht vorrätig haben und dass dann diese Beschaffung von dem Ersatzteil vielleicht drei, vier, fünf Stunden dauert oder vielleicht ein oder zwei Tage. Und dann kann es wirklich im schlimmsten Fall sein, dass wir in dieser Zeit gar nicht produzieren können und das sind dann halt sehr, sehr hohe Kosten. Und vor allem, man weiß auch nicht genau, wann diese Maschine ausfällt. Fällt die Maschine jetzt in der Nachtschicht aus? Fällt die jetzt in der Urlaubszeit aus? Also man hat hier einfach keine Ahnung, wann diese Störung auftritt und dementsprechend, wenn man es halt nicht weiß, wenn es dann passiert, dann ist halt wirklich Not am Mann. Und wenn dann die Instandhaltung auch noch Urlaubszeit hat, sollte man natürlich, sollte man dann auf jeden Fall Leute aus der Instandhaltung da haben, die sich auch mit der Maschine auskennen, sodass man das dann auch angehen kann und dieses Problem beheben kann. Bei der vorbeugenden Instandhaltung, da werden die Bauteile von der Anlage regelmäßig ausgetauscht, unabhängig davon, wie der Abnutzungsvorrat aussieht. Also unabhängig davon, wie stark das Bauteil abgenutzt ist. Bei der vorbeugenden Instandhaltung werden diese Bauteile einfach in regelmäßigen Abständen, vielleicht jedes Jahr, jedes zweite Jahr, nach der Empfehlung, nach eigener Erfahrung auch einfach ausgetauscht. Vorteil ist halt dadurch, man hat eine extrem hohe Zuverlässigkeit von der Anlage, einfach weil man die Bauteile regelmäßig austauscht. Man hat auch eine gute Planbarkeit von dieser Instandhaltungsmaßnahme. Man kann sagen, okay, meine Anlage zum Beispiel immer in den Sommerferien, da haben wir eh ein oder zwei Wochen Betriebsferien, da werden wir diese ganzen Instandhaltungen durchführen, sodass wir auch das Ganze terminieren können und ja nicht die Produktion, sage ich mal, lahmlegen oder einschränken. Und dadurch haben wir halt eine hohe Zuverlässigkeit, wir haben eine gute Planbarkeit und wir reduzieren halt auch das Risiko von Ausfällen. Also ist auch gleich nicht gleichgesetzt mit einer hohen Zuverlässigkeit. Und ein weiterer Vorteil ist halt, wir können diese Ersatzteile, die wir austauschen wollen, die können wir, also diese Beschaffung von Ersatzteilen, die kann geplant werden. Das heißt, angenommen wir tauschen jedes Jahr ein paar Bauteile aus, dann wissen wir immer, wir machen das im Sommer, ja, weil wir da diese Betriebsferien haben, dann können wir uns das Ganze ein oder zwei Monate davor kaufen, die Bauteile, ja. Hat den Vorteil, wenn du die Bauteile schon dir ein, zwei Jahre davor auf Lager legst, dann kann das sein, wenn du teure Bauteile hast und ganz viele, dass du ganz, ganz viel Kapital im Lager rumliegen hast und dann liegen da vielleicht mehrere tausend oder hunderttausend Euro an Bauteilen und die liegen da einfach rum. Die warten dann da zwei, drei Jahre, bis sie eingesetzt werden können und das nennt man dann einfach totes Kapital, weil das Kapital da einfach rumliegt und nicht eingesetzt werden kann. Dann macht das ja viel besser, die Bauteile erst ein oder zwei Monate davor zu kaufen oder auch erst kurz vorher, damit man dann nicht so viel Kapital rumliegen hat. Ja, ein Nachteil von dieser vorbeugenden Instandhaltung ist einfach, weil man natürlich die Bauteile immer vorbeugend austauscht, ist es so, dass diese Lebensdauer von den Bauteilen, die wird ja gar nicht richtig ausgenutzt, weil man sagt, okay, das Bauteil ist jetzt zu 50% abgenutzt oder zu 60%, wir tauschen das jetzt einfach mal vorbeugend aus, dadurch kauft man ja viel öfters das Bauteil und dadurch hat man viel höhere Kosten auch im Einkauf. Und man hat halt auch einen viel höheren Ersatzteilbedarf und dadurch natürlich auch wieder höhere Kosten. Und was man auch nicht vergessen darf, weil man ja natürlich vorbeugende Instandhaltungen durchführt und Instandhaltungen und Maßnahmen, hat man natürlich auch einen viel höheren Personalaufwand, da man ja mehrere Einsätze hat. Zu den Einsätzen muss man das sogar noch planen, dementsprechend hat man einfach hier einen höheren Personalaufwand. Und bei der Zustandsabhängigen, da ist es ja so, dass die Instandhaltung, die wird einfach regelmäßig, oder da werden einfach Inspektionen regelmäßig durchgeführt, das heißt man macht eine Sichtkontrolle von der Anlage, man begutachtet die und nach dieser Begutachtung stellt man heraus, ja, wir wollen Teile austauschen, Teil 1, 2 und 3, oder nein, unsere Teile sind noch in Ordnung, wir tauschen jetzt gar nichts aus. Vorteil hierbei ist halt, wir haben auch hier eine hohe Zuverlässigkeit, wir haben eine gute Planbarkeit von der Wartung und wir reduzieren auch hier die Ausfälle. Nachteile ist, wir haben diese Anlagenteile vielleicht gar nicht auf Vorrat, ja, weil wenn wir eine Inspektion durchführen, wir stellen fest, okay, 1, 2 oder 3 Teile sind jetzt nicht in Ordnung, wir wollen sie vielleicht direkt austauschen, dann merken wir, oh, wir haben die Teile, die wir jetzt benötigen, gar nicht auf Vorrat. Ja, wir haben auch hier einen hohen Ersatzteilbedarf und wir haben auch hier einen höheren Personalaufwand, weil wir hier mehrere, sage ich mal, Einsätze inklusive Planung notwendig sind, ja. Also, anhand von welchen Kriterien wählt man jetzt die richtige Instandhaltungsstrategie aus? Da gibt es jetzt verschiedene Kriterien und man muss das Ganze jetzt gesamtheitlich betrachten. Weil ihr werdet das sicherlich schon festgestellt haben, es gibt zum Beispiel einmal, sagen wir mal, das Kriterium, man spart sich irgendwie Personalkosten, weil man nichts planen muss und einmal hat man hohe Kosten durch die Personalplanung. Man muss ja das Gesamtheitliche betrachten, was ist am günstigsten für die Firma, weil die Instandhaltung hat natürlich die Aufgabe hier, das Ziel, die Kosten von einem Unternehmen zu reduzieren, gesamtheitlich und deshalb muss man das gesamtheitlich betrachten, ja. Also, man muss sich fragen, ist der Verschleiß überhaupt sichtbar oder ja, nein, ja. Man muss sich auch fragen, wie hoch sind die Kosten für das Personal, also wenn man diese Instandhaltungsmaßnahmen durchführt, wie hoch sind die Kosten für die Anlagenteile, wie hoch sind die Kosten für den Produktionsausfall und wie hoch sind die Ausfallzeiten, ja. Also als Beispiel, wenn ich jetzt ein großer Automobilhersteller bin und ich habe mehrere hundert Mitarbeiter an einem Band und wenn jetzt das Band steht, dann habe ich extrem hohe Kosten, das heißt, das geht unbedingt zu vermeiden. Wenn ich jetzt da Bauteile manchmal austausche, die noch nicht komplett abgenutzt sind, dann stehen diese Bauteilkosten zu nichts im Verhältnis zu meinen hohen Personalkosten, für den Fall, wenn ich wirklich hier einen Produktionsausfall habe. Dementsprechend muss man das halt auch immer abwägen, wie viele Mitarbeiter habe ich, was wäre wenn dieses Szenario und das muss man einfach abwägen, ja. Und da sind halt praktisch die Faktoren wichtig, ist ein Verschleiß überhaupt sichtbar, ja oder nein. Ich meine, wenn man Verschleiß sehen kann, dann kann man auch sagen, okay, man tauscht es erst aus, kurz bevor es nicht mehr gut ist oder vielleicht bei 80 oder 70 Prozent, ja. Wenn man es nicht sieht, dann sollte man natürlich regelmäßig die Bauteile austauschen, ja. Man sollte natürlich auch überprüfen, wie hoch sind die Kosten für das Personal, die Anlagenteile, wie hoch sind die Kosten für den Produktionsausfall, ja. Wie lange sind die Ausfallzeiten, wenn etwas passiert, kann man das Teil innerhalb von 10 Minuten beschaffen oder brauchen wir dann ein oder zwei Wochen, ja. Und dann spielen natürlich auch die Ersatzteile eine Rolle. Und bei den Ersatzteilen, da spielt die Rolle die Lieferzeit, ja. Wenn das Teil schnell lieferfähig ist oder braucht es mehrere Wochen, weil es vielleicht aus China über Containern angeliefert wird, über ein Schiff, ja. Wie hoch sind die Kosten für die Ersatzteile und wie groß ist unsere Lagerkapazität und auch die Kapitalbindung, ja. Und dann haben wir noch praktisch weitere Aspekte, wie zum Beispiel die Sicherheitsrisiken, ja. Gerade wenn es da um Anlagen geht, wo Mitarbeiter dran sind, da sollte die Sicherheit natürlich niemals darunter leiden, ja. Da gilt immer Safety First und natürlich auch die Lebensdauer der Anlagenteile, ob die ausgenutzt wird oder nicht ausgenutzt wird, kann Kriterium sein. Und jetzt ist es praktisch so, es gibt verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen und unter diesem Begriff Instandhaltung fallen praktisch vier Arten. Einmal die Inspektion, dann die Wartung, die Instandhaltung und die Verbesserung. Also eine Inspektion, das ist praktisch nur etwas, was man mit dem Auge macht, ja. Also man überprüft, man macht einen visuellen Check, zum Beispiel durch Prüfen oder Messen und man beurteilt einfach nur diesen Ist-Zustand, ja. Und das nennt man eigentlich Inspektion. Also bei einer Inspektion macht man eine visuelle Prüfung, ja, einen sichtbaren Check durch Prüfen oder Messen. Ja, man kann auch eine Diagnose machen oder man plant dann auch später die Instandsetzung. Bei einer Wartung, da versucht man immer diese Abnutzung, die ja durch die Verwendung von der Anlage stattfindet, da nutzt sich ja irgendwelche Bauteile ab, die Abnutzung versucht man dadurch zu verzögern und zu verlangsamen bei einer Wartung. Wie macht man das? Man macht eine Wartung auch immer regelmäßig und man versucht dann praktisch die Bauteile dementsprechend zu schmieren zu ölen, aufzufüllen und vielleicht wieder einzustellen, dass die Maschine wieder richtig geölt wird, wenn die irgendeinen Automatikmodus hat, ja, dass die, dass man einfach überprüft hier auch und einstellt, dass die Maschinen richtig geschmiert werden, ja. Weil durch diese Schmierung sind natürlich dann die Bauteile nicht so stark aufeinandertreffend und dementsprechend durch die Schmierung gleitet es ein bisschen besser und dadurch verzögert man halt diesen Abbau von der Abnutzung, von dem Abnutzungsvorrat, ja. Der Abnutzungsvorrat ist praktisch, wenn der, wenn der Abnutzungsvorrat aufgebaut, aufgebraucht ist, dann muss das Bauteil abgenutzt werden, äh, ausgetauscht werden, weil wir praktisch kein Vorrat mehr haben, dann ist es praktisch aufgebraucht, dann muss es ausgetauscht werden, ja. Also, man könnte jetzt sagen, eine Inspektion ist praktisch die Überprüfung bei einem Fahrrad, ob die Kette genügend Öl hat, ja. Wir überprüfen das durch unser Auge, haben wir genügend Öl an der Kette, ja. Bei einer Wartung könnte man sagen, okay, wir schmieren jetzt die Kette neu, um praktisch eine Abbauverzögerung durchzuführen. Und bei der Instandsetzung, da ist es so, da werden wir wirklich jetzt aktiv, da stellen wir den Sollzustand wieder her, zum Beispiel die Kette von dem Fahrrad, die ist jetzt, sage ich mal, stark abgenutzt und jetzt tauschen wir bei der Instandsetzung die Kette wieder aus, und stellen dadurch einen Sollzustand wieder her. Also, durch die Instandsetzung wird ein Sollzustand, also eine neue Kette, wieder hergestellt und diese neue Kette hat ja wieder einen neuen Abnutzungsvorrat. Also, durch die Instandsetzung wird auch wieder ein Abnutzungsvorrat geschaffen. Und dann gibt es praktisch noch die Verbesserung. Und bei einer Verbesserung, da versucht man die Zuverlässigkeit und die Sicherheit auch zu verbessern, ja, wie der Name schon sagt. Also, da kann man auch Fehler auswerten, analysieren und sich fragen, was kann man in Zukunft einfach besser machen. So, und jetzt kommen wir noch zu dem Thema Fördersysteme. Und Fördersysteme gehören nämlich zu dem Thema innerbetrieblicher Transport. Und die IAK unterscheidet bei den Fördersystemen einmal Stetigförderer und einmal Unstetigförderer. Und diese Fördersysteme unterscheiden sich deshalb im Begriff als Stetigförderer immer stetig, also dauerhaft, Güter von A nach B transportieren. Und die Unstetigförderer, die machen das nicht. Also, sie liefern nicht dauerhaft Güter von A nach B. Ein Unstetigförderer zum Beispiel kann man unterscheiden in flurfrei. Also, flurfrei bedeutet einfach nur, dass es in der Höhe frei ist, ja. Dann flurgebunden, also es ist praktisch auf einer Ebene gebunden und aufgeständert, ja. Also, wir haben zum Beispiel bei den Unstetigförderer gibt es den Kran oder die Seilwinde, ja. Wir haben dann einen LKW, einen Hubwagen oder einen Stapler oder halt auch einen Aufzug. Bei den Unstetigförderern, weil man so praktisch Ware von A nach B transportieren kann, aber nicht dauerhaft. Bei den Stetigförderern, da gibt es einen Kreisförderer. Das ist praktisch so etwas, was sich immer nach oben bewegt, was man halt auch anmachen kann. Und dann bewegt sich das halt so immer nach oben, ja. Dann gibt es ein Förderband. Ist einfach nur ein Band, wo dauerhaft von A nach B Güter transportiert. Gibt es auch als Rollenförderer, ja. Dann haben wir praktisch noch eine Rollenbahn oder eine Rutsche oder ein Fallrohr, weil die können auch dauerhaft stetig Güter von A nach B transportieren. Also, die Vorteile von solchen Stetigförderern sind allgemein, man hat eine permanente Beförderungsmöglichkeit von A nach B. Wir haben auch in der Regel geringe Betriebskosten. Also, mit den Betriebskosten, malen wir die Kosten pro Tag. Ja, also, wir haben jetzt, sag ich mal, hohe Anschaffungskosten oder einmalige Anschaffungskosten für die Sachen meistens. Aber die laufenden Kosten sind dann relativ gering. Ja, wir haben auch einen sehr geringen Personaleinsatz hier und wir haben einfach eine hohe Förderleistung. Bei den Stetig- oder die Nachteile von den Stetigförderern sind halt, wir haben hohe Anschaffungskosten, also hohe Investitionskosten. Ja, dementsprechend lohnt sich halt zum Beispiel einen Rollenförderer oder so, natürlich nur, wenn man auch wirklich die Auslastung hat, dauerhaft permanent Güter von A nach B zu transportieren. Und wenn man halt hohe Anschaffungskosten hat, um dieses Projekt an eine externe Firma zu geben, damit die sich das auch bei uns aufbaut und damit das auch alles funktioniert. Aber die laufenden Kosten für den Strom dann sind dann relativ gering. Ja, und die Stetigförderer, die sind auch meistens ortsgebunden oder in der Regel ortsgebunden und dadurch sind sie sehr unflexibel. Ja, also man sieht zum Beispiel, wenn man ein Förderband irgendwie montiert, dann transportiert es von A nach B immer unsere Güter. Ja, wir könnten aber zum Beispiel mit einem Hubwagen, könnte man auch die Güter von dem Punkt A an ganz viele anderen Punkte bringen. Ja, das heißt, ein Hubwagen zum Beispiel wäre ja viel flexibler einsetzbar. Ja, dafür braucht man für den Hubwagen wieder eine größere Manpower, also einen größeren Personaleinsatz. Wir haben nicht so eine hohe Förderleistung, weil wir einen höheren Personaleinsatz haben, haben wir natürlich auch nicht so geringe Betriebskosten, also nicht so geringe Kosten. Und das sind so die Vor- und Nachteile und letzten Endes kann man die Vor- und Nachteile auch einfach umdrehen. Ja, wenn man sich fragt, was sind die Vor- und Nachteile von einem Unstetigförderer? Ja, also die Kriterien wie die Kosten für die Anschaffung, für die Betriebskosten, die Personalkosten, die Förderleistung und der flexible Einsatz, ja. Das sind alles so Vor- und Nachteile, also die Kriterien, wo man dann die Vor- und Nachteile daraus ableiten kann. Kommen wir noch zum Thema Lagerorganisation. Und beim Thema Lagerorganisation, da gibt es in der IHK-Welt zwei unterschiedliche Arten, wie Lager organisiert werden können. Und da gibt es einmal das Festplatzsystem. Und bei dem Festplatzsystem, da ist es so, dass das Material oder die Güter, die wir einlagern wollen, da bekommt jedes Gut einen eigenen Lagerplatz. Ja, also zum Beispiel, ich habe einen Stift, der Stift bekommt immer an den Lagerplatz A. Ich habe vielleicht hier einen Taschenrechner, der Taschenrechner bekommt immer den Lagerplatz B. Ja, man hat ganz viele andere Güter noch, die werden dann immer da entsprechend eingelagert. Und weil jedes Gut seinen festen Lagerplatz hat, kann es jetzt einmal vorkommen, man hat jetzt mal 100.000 Taschenrechner im Lager. Dann brauche ich vielleicht, keine Ahnung, 10 Quadratmeter Fläche. Und jetzt kann es vielleicht mal sein, ich habe vielleicht nur 5 Taschenrechner im Lager. Dann werde ich trotzdem noch diese 10 Quadratmeter Fläche bereithalten für den Fall, weil das ist ja eine feste Lagerfläche für die Taschenrechner. Ja, für den Fall, dass ich eine Lieferung von 100.000 Taschenrechner wieder bekomme und dass ich die einlagern kann. Dementsprechend ist bei dem Festplatzlagersystem das Material immer einem festen Lagerplatz zugeordnet. Und aus dem Grund braucht man einfach viel mehr Lagerkapazitäten. Weil selbst wenn dieser Lagerplatz nicht zu 100% ausgelastet ist, kann ich jetzt nicht irgendwie ein anderes Scooter einlagern, weil das reserviert ist für das andere Lagerteil. Anders dagegen sieht es aus, beim chaotischen System, das chaotische System wird auch Freiplatzsystem genannt. Beim chaotischen System, da kann man sich das so vorstellen, jeder Lagerplatz, der hat meistens so eine Box, ja und an der Box steht so ein Barcode dran. Und man will jetzt zum Beispiel den Taschenrechner einlagern, dann scannt man den Taschenrechner ab über den Barcode und man scannt diesen Lagerplatz ab. Und dann kann man den Taschenrechner einfach in diesen Lagerplatz reinschmeißen. Und durch dieses Scannen von den Barcodes wird es halt über ein System erfasst und man weiß einfach ganz genau, wo sich dann was befindet. Also der Vorteil bei einem chaotischen Lagersystem ist halt, man kann die Lagerteile chaotisch nach eigenem Belieben, wo es gerade Platz hat, einlagern. Und weil man das halt macht, kann man halt viel mehr von dieser Lagerkapazität ausnutzen. Weil man später weiß, okay, ich habe vielleicht 10 Taschenrechner auf meinen 100 Lagerplätzen irgendwo verteilt. Man geht an den Computer ins System, man sucht diesen Taschenrechner und dann sagt er, das ist im Lagerplatz 2, 3 und 10 und 11 vielleicht hinterlegt. Und dann kann man da einfach die Sachen raussuchen. Dementsprechend haben wir auch hier wieder Kriterien, wie wir das Ganze abgrenzen können. Einmal die Platzausnutzung, ja. Aber man kann auch sagen, diese Abhängigkeit vom IT-System, weil wenn man jetzt zum Beispiel ein Projekt hat, wo man vielleicht eine Industriehalle baut oder eine Fertigungshalle und man macht das jetzt vielleicht auf einem Neubaugebiet, ja. Dann hat man ja gar nicht meistens die Möglichkeit, dass man ganz viel Platz hat und man hat so ein IT-System vor Ort, ja. Dann macht das wirklich noch Sinn, so ein Festplatzsystem zu haben, weil man ist da von der IT nicht abhängig, ja. Bei so einem, ich sage mal Amazon, einen riesen Laden, ja. Die haben moderne IT-Geräte, die lagern sich die Sachen chaotisch ein, um sich halt auch Platz zu sparen, um Lagerkosten zu sparen. Da muss man halt auch wieder alles abwägen, ja. Wie groß ist mein Lager, wie groß sind meine Lagerkosten und was macht dann wirklich auch Sinn. Ab einem gewissen Level macht das chaotische Lagersystem Sinn, weil man sich halt Kosten für die IT spart oder man investiert Kosten für die IT, aber man spart sich dadurch Lagerhaltungskosten. Einfach, weil man den Platz optimal ausnutzt. Schauen wir uns noch verschiedene Speichersysteme an. Das ist jetzt noch ein sehr einfaches Thema. Es gibt einfach verschiedene Arten von Lager, ja. Dementsprechend gibt es zum Beispiel ein Freilager, ein Bunkerlager und ein Gebäudelager. Bei einem Freilager, da lagert man die Sachen einfach draußen, ohne ein Dach zu haben. Das macht zum Beispiel Sinn bei Schüttgut, bei Kieselstein, ja. Weil da kann das, ich sag mal, wenn wir jetzt ein fertiges Produkt haben, ein elektronisches Produkt, dann könnte es ja durch die Witterungseinflüsse etc. pp. kaputt gehen. Bei Schüttgut zum Beispiel nicht, ja. Da besteht aber die Gefahr, dass es trotzdem irgendwie geklaut werden kann. Wobei die Gefahr bei Schüttgut, wenn es jemand klaut, sag ich mal, der Verlust wäre dann nicht so schlimm, wie wenn es jetzt irgendwelche elektronischen oder teuren Bauteile sind, ja. Dementsprechend gibt es halt einfach unterschiedliche Lagerarten. Es gibt ein Freilager, ein Bunkerlager und ein Gebäudelager. Der Vorteil von einem Bunkerlager ist halt, es ist sehr, sehr sicher. Es ist unter der Erde. Und ein Gebäudelager ist halt, sag ich mal, so das Mittelding. Es ist auch sicher. Man kann trocken, sauber und geschützt die Sachen lagern. Zum Beispiel in einem Etagenlager oder in einem Hochregallager. Und jetzt schauen wir uns nochmal die verschiedenen Kriterien oder Lagerarten hier an. Ja, mit ihren Vor- und Nachteilen. Ich decke jetzt einfach mal alles auf. Ich denke, das ist so ein Thema, wo man jeder schon mal gehört hat, was auch ganz logisch ist. Da muss man jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Es gibt zum Beispiel ein Etagenlager. Das Etagenlager verteilt sich halt über mehrere Etagen. Ja. Vorteil, man braucht halt insgesamt wenige Fläche. Weil wenn man jetzt fünf Etagen hat, dann braucht man eigentlich nur einmal die Fläche, weil es wird dann nach oben hin aufgebaut. Nachteil ist halt, hier man muss halt wieder über Treppen die einzelnen Etagen laufen oder über Aufzüge. Dementsprechend macht das halt die Ein- und Auslagerung etwas zeitaufwendiger und kostet dann halt ein bisschen beim laufenden Betrieb mehr. Ja, ein Flachlager ist einfach ein Lager auf einer Ebene. Dadurch hat man praktisch relativ wenig Investitionskosten. Man braucht aber sehr viel Fläche, um Sachen einzulagern, weil man hat natürlich nur eine Fläche und keine mehreren Etagen nach oben. Ein Hochregallager, das ist meistens in Produktionshallen oder in Fertigungshallen, wo man wirklich ein Regal hat, was 10, 20 oder 30 Meter nach oben gehen kann, wo man dann auch keine Zwischenetagen hat. Ja, das heißt, die Fläche wird hier wirklich am besten ausgenutzt. Man kann ja extrem viele Sachen einlagern. Nachteil ist, dieses Hochregallager ist halt wirklich sehr, sehr teuer in der Anschaffung und man braucht ein elektronisches Lagersystem. Ja, dann haben wir natürlich noch hier ein Gebäudelager. Die Vor- und Nachteile von einem Gebäudelager sind natürlich, es ist trocken, es sind keine Witterungseinflüsse da, es ist sauber und unser Gut wird halt auch vor Diebstahl geschützt. Nachteil ist halt, ein Gebäudelager ist halt nochmal ein bisschen teurer im Vergleich zu einem Freilager jetzt. Ja, bei einem Freilager, da gibt es halt verschiedene Gefahren. Ja, das heißt, durch die Witterung, durch den Regen, durch die Sonne kann einfach unser Produkt beschädigt werden. Ja, es kann auch rosten, es kann geklaut werden und dementsprechend muss man halt auch immer abwägen, hey, was für ein Produkt habe ich denn, was ist der Wert und der Preis von dem Produkt und wie hoch kostet mich die Lagerung in welchem Lagersystem. Ja, das sind ja die Kriterien, um die Sachen zu vergleichen. Die Anschaffungskosten, die Raumkosten, die Sicherheit und der Schutz, ja, Schutz vor Diebstahl zum Beispiel. Und das war es jetzt auch schon in diesem Demokurs. Ich hoffe, du konntest dir jetzt wirklich einen Eindruck vermitteln, was auf dich zukommt in dem Fach Fertigung und Betriebstechnik. Und ich hoffe, es hat dir auch ganz gut gefallen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns bald mal persönlich miteinander sprechen und uns kennenlernen. Weil wenn du wirklich darüber nachdenkst, eine Weiterbildung zu starten, dann geh doch einfach mal auf www.patrickkrabowski.de und trag dich für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. In dem Beratungsgespräch oder vor diesem Beratungsgespräch werde ich dich dann anrufen. Ich werde dir einfach ein paar Fragen stellen, um herauszufinden, was deine Ziele sind, was deine Berufserfahrung ist. Und einfach werde ich herausfinden, wie wir dich in deiner aktuellen Lebenssituation dann auch wirklich erfolgreich zum Fachwirt weiterbilden können. Und dann würde ich mich ganz arg freuen, wenn wir uns bald mal persönlich kennenlernen. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Dein Patrick. Ciao. Ciao.